In dem Bestreben, unseren Amputierten eine möglichst völlige Bewegungsfähigkeit wiederzugeben, werden in einer Werkstatt Hände neuerdings aus Harzfilz angefertigt. In dieser Spezialwerkstätte werden neuartige Protein für Beinamputierte hergestellt. Ihre Beweglichkeit passt sich den natürlichen Bedürfnissen in nahezu vollkommener Weise an. Wie sich die Kunstblieder auswirken, das zeigen diese Bilder. Selbst Berufe, die eine große Bewegungsfähigkeit erfordern, können wieder ausgeübt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020